In diesem Video möchte ich Ihnen einmal praktisch den Einsatz von Control zeigen in dem Bereich Malen in Verbindung mit dem Programm Microsoft Paint und der Nutzung der Eigenschaft des durchgängigen Modus. Den durchgängigen Modus in Control kann man aktivieren, indem man unterhalb des Bildschirms schaut und dieses Icon auswählt. Man befindet sich nun im durchgängigen Modus. Der durchgängige Modus bedeutet, dort wo ich hinschaue, fühle ich ständig beispielsweise in diesem Fall einen Linksklick aus, ohne erneut die Aktion auswählen zu müssen. In der Kurzerleitung sehen Sie noch einmal, was es dort für Funktionalitäten gibt. Ich kann auch zu klicken und ziehen oder beziehungsweise halten und ziehen umschalten oder auch zu einer ständigen Zielanpassung. Das bedeutet, ich kann bei jeder Auswahl noch zusätzlich das Ziel noch ein bisschen spezifizieren. Kommen wir nun direkt zum Malen. Mit dem normalen einfachen Linksklick habe ich jetzt nun die Möglichkeit zu schauen, fokussieren und zu bestätigen und so mache ich einfach mal drei beliebige Punkte. Ich wechsle jetzt in den Ziehen- und Loslassen-Modus und würde jetzt gerne diese drei Punkte miteinander verbinden. Dazu benötige ich aber noch das Ziel anpassen als Option, denn nun habe ich die Möglichkeit durch Fokussieren noch danach noch einmal über die Vergrößerungsfunktion das genaue Ziel zu verfeinern, damit ich den Punkt auch wirklich genau treffen kann. Das mache ich jetzt einmal mit allen drei Punkten, sodass ich ein schönes Dreieck bekomme. Sie sehen jetzt ein Dreieck. Jetzt möchte ich gerne dieses Dreieck ein bisschen farblich gestalten. So wechsle ich die Farbe und könnte natürlich jetzt durch jeden Klick hier einen Punkt setzen. Schneller geht es jedoch, indem ich erneut die Anpassung in den durchgängigen Modus durchführe und zwar in dem Fall auf die dritte Option, das Ziehen und Halten. Ich fokussiere jetzt einmal, bestätige und jetzt folgt der Pinsel dauerhaft meinem Blick, sodass ich jetzt mit ein wenig Übung dieses Dreieck auch ausmalen kann und somit farblich gestalten kann. Fokussiere ich erneut, setze ich den Pinsel ab und ich kann wieder ohne Malen fortfahren. Ich habe auch zum Beispiel die Möglichkeit, diese Formen einzusetzen, möchte ich beispielsweise einen Kreis zeichnen. So kann ich dieses natürlich tun und hierfür verwende ich diese Funktion und kann jetzt zum Beispiel an die eine Spitze den Kreis setzen. In diesem Fall sehe ich auch genau die entsprechende Größe. Ich kann dann fixieren und der Kreis ist gemalt. Ich bin gespannt, was Sie für schöne Kunstwerke zeichnen können und freuen uns, wenn wir davon etwas daran teilhaben können. Viel Spaß beim künstlerischen Auslassen wünschen wir.